Hallo zusammen, wir sind das Mockenstutz-Team. Wir haben nur noch keine Zipfelkappe, sonst wären wir nicht mehr Zwerge. Wir haben in den letzten Monaten nichts anderes gemacht, als am Mockenstutz-Liederbuch geschaffen. Susanna Schmidt-Germann ist Autorin und Zeichnerin von diesen wunderbaren Büchern, die Nina übrigens schon im Kindergarten konfrontiert war. Sie wurde dann auch Leseratten, weil das so schöne Bücher sind. Und jetzt haben wir den Auftrag gehabt, Nina und ich zu diesen schönen Büchern ein Mockenstutz-Liederbuch zu machen. Wir haben 14 Liedern gekomponiert, getestet, Nina hat sie gesungen. Es ist eine ganz tolle CD, ein ganz tolles Mockenstutz-Liederbuch entstanden. Ich hoffe, es macht euch so Freude, wie wir dran nehmen.